Ich versuch's nochmal. Alter, warum gibt's hier keinen Speicherpunkt? Das regt mich jetzt wirklich auf. Oder hab ich was übersehen? Ich hab doch irgendwas übersehen, oder? Das kann doch nicht angehen, dass es hier nirgendwo einen Speicherpunkt gibt. Schnauze. Draußen laut Monster. Super. Strombereich. So, jetzt machen wir mal hier Dalli-Dalli. Warum kann man den nirgendwo abspeichern? 2, guck mal, hier gibt's Computer, Kameras, aber nirgendwo einen Speicherpunkt. Das Spiel ist einfach nur abartig. Gar, komm, verschwinde. Das Ding regt mich auf. Scheiße. Verpiss dich. Los, hau ab. Hau ab, hau ab. Hallo. Wird gar nicht angezeigt. Komm, wir sollen's abhauen. Sag nicht, das Ding ergänzt irgendwie fest und kann deshalb nicht weitergehen. Doch. Ich dachte schon. Und wieder rein. Jetzt geben wir dem wieder Munition, Leute. Zeig uns wieder den. Folgen. Jetzt ist das wieder der Schalter, der Kanal irgendwas macht. Kamera. Kamera. Los. Was geht denn da jetzt ab? Warum geht denn jetzt hier plötzlich das MG an, hä? Das ist doch eben nicht angegangen. Ich sag dazu nichts. Okay, ich sag dazu absolut nichts. Ich sag dazu nichts. Ich hätte irgendwie ein Bug zu sein. Aber das Ding kann, glaube ich, nicht sterben, oder? Wenn man das nicht mehr kieft. Zusammenhälfte dich. Oh Gott, so helf mir doch. Das bringt sie wieder auf die Beine. Wenn sie mich zum Sicherheitsraum bringen, kann ich Waffen holen. Weil da draußen kriechen Haufen diese Dinger rum. Okay. Geil. Wir werden hier wieder wahren. Türo zu. Tja, ist mir egal. Ihr beide wartet mal hier. Du folgst mir. Okay. Hier, Tür öffnen. Während das MG weiterfällt, das ist ein bisschen viel Ballert. Ich find's witzig. Witz, 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 witz. Komm wieder zurück, mein Freund. Dieses verbuggte Spiel geht mir irgendwie auf den Sack. Ich hab doch gemacht, dass du hier bleibst. Du hier drinbleiben. So. So, wir haben wieder die Monster. Ja. Waffen. Hier, nimm das hier. Pennen. Hallo? Geht doch. So, wir haben uns erstmal die ganze Munition hier. Brand-Munition. So. Jetzt zerstöre ich erstmal das... Ne, warte. Jetzt werde ich erstmal hier klarkommen. Du kriegst... Du kriegst... ...eine Pistole immer wieder. Mit allem Munition. Du kriegst auch etwas, weil ich so... ...cool bin. Können wir nicht folgen. Hören Sie das? Klar. Jetzt zerstören wir das MG. Und jetzt braten wir das Monster. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Hier gibt's wieder was zu reparieren. Mach ich schon, MacGyver. Nach Zürich Dinge. Ach, hier waren wir eben noch nicht drin, oder? Guck mal, was man hier kann. Man kann hier abspeichern. Mann, bin ich blöd, Alter. Okay, an dieser Stelle mache ich jetzt auch erstmal aus, Leute. Ja. Ja, und das nizt... Warte, was ist das denn? Cool. MG. Ach, was ist das da? Okay, kann ich vielleicht irgendwo noch weiter bringen. Also, ich mache jetzt aus an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, Leute. Er ist doch cool. Okay, erstmal lesen wir, was es hier gibt. Alle Sicherheitstore sind auf Identifizierung der DNA-Testerbeg 485 eingestellt. Name, Blake, EFA, Warnung, Fehlfunktion von Toren, Waffen, Willkommen, Sektor. Also, macht's gut, Leute. Wir sehen uns das jetzt mal. Bye, bye.